Die beste Pizza-Margarita in München. Ich habe ein paar Jungs von mir zusammen getrommelt und wir sind auf der Suche gewesen, nach etwas Leckerem nachts zu essen. Junge, ich habe mal eine Frage an dich. Wie kann man so dicht sein um 22 Uhr? Viel Spaß bei der ersten Folge aus München. Guten Abend, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg und herzlich willkommen auf dem Weg in die Türkenstraße. Wir wollen einfach umbringen! Es ist mal wieder Zeit. Ich bin in München. By the way, das hier sind die bodenlosesten Roller in ganz München. Also die sind ja so sch***. Bold? Ich habe so Bock, mit diesem Roller rumzufahren, solange es warm ist. Rasen mal, wer Roller wechseln musste. Randy, Akku leer gegangen. Verdammt! Ich muss ehrlich sagen, Türkenstraße ist so eine Hipsterstraße in München. Ich weiß noch nicht, ob ich die Straße feiere oder nicht. Das ist so ein Ding. Aui! Herzlich willkommen beim Soda, Ladies and Gentlemen. So, Ladies and Gentlemen, wir sitzen hier in der dunklen Nacht. Baran ist da. Lukas ist da. Lukas ist da. Lukas ist da. Lukas ist da. What the f***? Seht doch einfach beide aus wie ein Lukas. Und der einzig wahre Knarowitsch. Was geht? Thank you. Thank you. Thank you. Ich glaube, dir taugt so aus. Der ist krass. Mojito. Papa, falls du das tisch, das ist ein krasser Alkohol. Ist wirklich, ist wirklich. Ich probiere jetzt, ob sie schmeckt oder nicht. Das schmeckt geil. Ich mache jetzt auch mal einen Test. Alkohol-freies Bier. Schmeckt nach Slush. Wir sind auf jeden Fall unterwegs. Wir werden jetzt zu einer Pizzeria schauen, die ich persönlich sehr, sehr feiere. Wir haben es, um es genau zu sagen, 22.09 Uhr. Junge, ich habe mal eine Frage an dich. Wie kann man so dicht sein um 22 Uhr? Ich fahre sein Auto. Wie viel hast du aber getrunken? So, zwei Bier und eine. Perfekt. Das ist wirklich, das ist wirklich ein richtiger Amateur. So, eine Masse, das reicht. Oh, tschüss. Ich mach ruhig. Weißt du, ob du mit Scholz dein Geld verdienen kannst? Volleyball gespielt. Volleyball. Was arbeitest du? Volleyball-Beruf. Ha 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 ha. Schwedisch, der Nationalmannschaft. Da wäre ich gern. Ich wäre gern Füße. Wir sind auf jeden Fall gefühlt jetzt 10 Minuten mit dem Roller gefahren, damit wir zum Auto kommen. Der Mann dort, also der Lukas mit dem weißen Bulli, der braucht einfach Elon Musk persönlich, damit er den Roller ausmachen kann. Das ist einfach ein Samsung. Jetzt zeige ich euch auf jeden Fall eine Pizzeria, die ich liebe. Ist das gerade kaputt gegangen oder? Er hat es runtergeschmissen. Während du gefahren bist. Na. Also du hast jetzt kein Internet und Handy ist gebrochen. Perfekt. Die letzten drei Male, als ich in München war, war ich hier immer Pizza essen. Und ich sage euch so, dreimal deliziös. Nach der Nebelaktion, wir haben Glück gehabt, eigentlich gibt es keine Pizza to go. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall zwei Pizzakartons gekriegt. Willkommen. Bis 22.30 Uhr könnt ihr hier Pizza essen. Wir haben zwei spezielle Pizzen. Zeigen wir euch jetzt. So, Sorg-Kitchen schon mal gegessen, ja oder nein? Nein. Safe. 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 Okay. Ihr beide müsst jetzt sagen, was das hier für eine Pizza ist. Nur vom Auge her. Wenn ihr es richtig habt, zahle ich die Pizza. Pizzakarton. Schaut aus wie viel Käse oder so. Keine Ahnung. Es ist einfach Margarita, aber mit gelben Tomaten. Let's go. Greif zu. Wir haben hier, was haben wir hier? Bufala. Bufalaala. Die ist geschnitten, Bro. Einfach ohne viel Gelaber. Aber warte kurz, lass die noch ganz. Schmecken die Tomaten direkt. Schmecken komplett anders. Schmecken gar nicht mehr Margarita, ich bin ehrlich. Mh. Taugt. Heftig. Schmeckt gar nicht dran. Schmeckt echt gut. Molto delizioso. Das habe ich noch nie gegessen. Echt? Safe. Schmeckt ehrlich. Ich kann gar nicht übertreiben. Nur bis jetzt. Gelbe Tomaten. Glaube ich dir schon. Gelbe Tomaten, so schmecken komplett anders. Schwarze Männer sind auch besser. Weißes Snickers ist auch kleiner als... So wie diese Margarita. Diese gelbe Margarita geschmeckt. Margarita. 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 Auf jeden Fall, so wie die geschmeckt hat, habe ich bis jetzt noch keine gehabt. Genauso geschmeckt hat die gelben Tomaten, merkt man. Da sind noch Gewürze oben drauf, das habe ich schon gemerkt. Und der Käse. Geil. Rand. Ich sage euch, warum ich diese Pizza liebe. Ich zeige es euch jetzt. Diesen Test. Film einmal kurz diese Männer, wie die zuhören. Wie meine Schüler. Wie euer Armi spricht zu mir. Wenn du jetzt da einfach durchbeißen kannst, ohne dass es so... Kennst du, dass dein Kiefer fast so wehtut wie bei einer harten Butterbräze? Dann ist es ein guter Teig. Oh. Oha. Bruder. Komm, du hibst doch noch mehr. Boah, einer hat meine Finger abgeschleckt. Der hat einfach meine Finger abgeschleckt, der Komische. War ein bisschen Schokolade, gell? Ich habe auch eine Taktik rausgefunden, wie ich im Bett immer Pizza esse. So liege ich im Bett und esse Pizza. Nichts geht ins Bett. Ich sage so, es ist einer meiner liebsten Teige, die ich bin bei Pizzan gestern. Ist gut, aber die andere war schon besser. Ich finde sie auch gut, aber wie ihr schon sagt, die andere war besser. Andere war Highlight? Tamam, okay, damit kann ich mich abfinden. Ja, die Tomate ist halt anders. Ist eine saure Tomate. Aber weißt du, was ich gar nicht feiere? Ist, wenn Tomatensauce so richtig süß ist. Und hier ist sie sauer. Schön, frisch, einfach natürlich belassen. Schmeckt nach Tomate. Was haben die für die Tomatensauce hier? Weißt du? Auf jeden Fall ist jeder hier glücklich. Ich sage auch so, wie es ist. Der Tisch kam auch richtig spät. Der Pizza-Joli, die Pizza-Joli ein bisschen sauer war halt. Eigentlich gibt es nur Pizza bis 22.30 Uhr. Und wir müssen uns alle daran halten, damit die pünktlich in Feierabend gehen können. Bei auch diesem Pizza-Karton. Ich finde ihn geil. Bisschen Standard. Das war es auch von Soul Kitchen. Was sagen wir zur Pizza? Eins bis zehn. Ey, doch eins bis zehn. Eins bis zehn? Acht. Neun, fünf. Neun, fünf? Neun, fünf. Hä? Acht, fünf. Was sagst du? Neun, fünf. Neun, fünf. Wenn das acht, fünf, das machst du sieben. Sieben. Die andere sieben? Wenn ich Pizza bewerte, gehe ich halt auf Teig und so auch ein. Deswegen. Ja, aber uns hat der selbe im Endeffekt gesagt. Okay, ich check. Also ihr macht nur Geschmack. Also ich würde beide, glaube ich, 8,5 machen. Obwohl der gelbe ist schon besonders, der würde ich mir neun geben. Die ist einfach lecker. Das ist auch so eine Late-Night-Pizza, die ein bisschen zu gut ist für eine Late-Night-Pizza. Weil eigentlich, wenn du so... Eins erwart mal was anderes. Du willst eigentlich schlechter essen, wenn du so spät essen gehst. Wenn du die Late-Night-Pizza nennst, ist es respektlos. So, Ladies and Gentlemen, wir sind auf jeden Fall bei Bergwolf. Der Mann hat Bergwolf empfunden. Äh, empfohlen. So ungefähr eine Minute entfernt von Soul Kitchen. So viel ich weiß, die originale Currywurst kommt eigentlich aus NRW, würde ich so sagen. So ein NRW-Berlin-Ding. Wenn mich nicht alles täuscht, wurde die früher sogar mit Kalbsmagen überzogen. Ich bin mir nicht sicher. Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Feier, Currywurst. Wir haben in NRW auch schon Currywurst gegessen, so zwei, dreimal. Pfeffer-Portal. Ich glaube, ein Hot 17.2 ist da, oder? Wollen wir einfach eine Schafe fetzen? Die schärfste, die die haben. Hä? Wir beide, komm. Jedes Mal denke ich mir, ich habe keinen Bock auf diese Schärfe. Aber dann mache ich es trotzdem. Vorsicht hier, Stolpergefahr für euch. 12 Sekunden. Das ist absoluter Minuspunkt. Nur Badzahlung. Im Jahr 2023. Vier Minuten später haben wir die Stadtsparkasse gefunden. Currywurst geht safe auf dir. By the way, hier sind wir am Gärtnerplatz. Während Covid gab es hier immer so eine fette Versammlung bis 22 Uhr. Und dann sind von jeder Seite Autos reingefahren und diese Leute sind so weggelaufen. Wollen wir mal ein paar Ausschläge eingeblendet von damals? Von hier? Ja. Hast du? Ja. Vielleicht. Kommt drauf an, wie schlimm sie sind. Egal, werden trotzdem eingeblendet. Wenn sie nicht, wenn sie jugendfrei sind. Lukas gegen Lukas. Lukas gegen Lukas. Wenn dieses Video 2000 Likes macht, dann gehe ich aufs Oktoberfest. Tu mir das doch nicht an. Wir sind zurück, ladies and gentlemen. Wir nehmen zwei Stück, oder? Ja, zwei Stück. Was ist das für mich spät? Das ist schon scharf. Aber nicht schärfer als ein Hotchip, oder? Wir nehmen einmal scharf, dann nehmen wir einmal normal. Aber mit Pommes, ohne Pommes, Rudiwurst, Wasserwurst, ein bisschen mehr brauchen wir. Was ist das für eine Pommes, für ein Fleisch? Schwein, aber wir haben auch Rind. Dann nehmen wir auf jeden Fall einmal Rind. Wollt ihr Schwein? Oh, kein Schwein. Ja, dann nehmen wir nur Rind. Rote oder weiße? Okay, nur Rind. Also nur Rot. Nee, Rote gibt es auch als Schwein. Aber ihr wollt ja Rind. Ja, ja. Die ist aber auch rot. Okay. Das ist auf jeden Fall der Laden, der immer bis 0 Uhr offen hat. Ab Donnerstag bis 2 Uhr und ab Freitag bis 4 Uhr. Und Sonntag bis 22 Uhr. Das heißt, hier kannst du richtig spät essen gehen am Wochenende. Das ist aber geil, Alter. Bis 4 Uhr. Das ist, so ist in Berlin. Und das ist geil für München. Der würde nicht mal jetzt für 1.000 Euro einen Hotchip essen. 20.000 Euro jetzt. Ja, sofort. 20.000 Euro. Oder esse ich auch 5. Der Laden befindet sich auf jeden Fall direkt bei dieser U-Bahn-Station Frauenhoferstraße. So, das ist die brutale. Brutal. Und das ist die normale. Kurze Frage habe ich noch. Ist es so, dass eigentlich originale Currywurst früher mit Kalbsmagen gemacht wurde? Boah, in der Praxis. Keine Ahnung. Okay, passt. Danke. Entschuldigung. Gar kein Problem. Schönen Abend. Bye, bye. So, hier haben wir auf jeden Fall einmal brutale Schärfe. Ich finde, man hätte sich ein bisschen mehr Mühe geben können beim Anrichten, aber ist trotzdem süß. Hier haben wir einmal Norme. Die sehen die komplett gleich aus, oder? Gleich aus. Das ist ein bisschen random. Pommes-Test. Ah, ist okay. Ja. Schwimmbad. Schwimmbad? Schwimmbad ist aber 10 von 10, gell? Die müssen mehr Salz sein. Kuh und Salz, gell? Okay, Randy. Probierst mal, ob das scharf ist. Ich glaube nicht, dass ich so heftig scharf bin. Ich glaube nicht. Auf die One-Chip-Challenge. Die ist scharf, aber... Scharf, schärfer, total. Ich will gar nicht wissen, wie das Normale scharf ist. Das ist ja das Normale. Normale. Ey, wir haben die schärfste Stufe, oder? Ja, das ist gut. Ja, ist gut. Kann man machen. Aber ich finde echt, die Currywurst ist eigentlich lecker. Die Außenhaut ist nicht so zäh, gell? Kann man gut beißen, der Mann. Probier mal die Currywurst, Logas. So random, mit zwei Lukas. Beide mit K auch, gell? Ja, beide mit K. Junge, Junge. Ich kenne mehr Lukas als... Weiß ich jetzt auch nicht. Matthias, ey. Ich kenne gar keinen Matthias. Gar nicht, gell? Ist aber nicht scharf. Ein bisschen, man merkt es. Gut gewürzt einfach. Also klar, ja. Aber ich finde, die Wurst an sich ist gut. Ist nicht viel Unterschied, gell? Von der Schärfe der Soße, oder was? Ja, ist nicht viel Unterschied, bro. Wenn ich die bekommen würde, würde ich denken, es ist einfach so, das gehört so. Sag mal, das ist eine gute Currywurst. Jetzt mal real talk. Weil ich bin Fan davon. Eigentlich ist Currysoße so glibbrig. Und das ist eine richtige Soße noch. Finde ich geil. Ich fand, die Gute-Nacht-Wurst war besser. Eigentlich müssten wir noch... Damit du einen Vergleich hast, Gute-Nacht-Wurst. Nach der Wurst ist auf jeden Fall Gute-Nacht für mich. Aber du kannst von mir noch eine gute... Das ist eine leckere Wurst. Was hat die gekostet? Beides zusammen mit Wasser. Da kommen noch Nachtzuschlag. Die Arbeiter müssen ja auch ein bisschen was verdienen. Statt den Döner zu essen, das Leben ist nicht schlecht. Ja, weil bei Döner kannst du auch richtig mies erwischen. Da würde ich lieber das essen. Zwölf Uhr Mieternacht. Eins, zwei, drei... Boah, sie... Junge, ja... Boah, ho, ho, ho. Hä? Was ist das, Bruder? Ich habe Currypulver einfach dort. Ich bin der Hellste, Gott sei Dank für mein Schuh. Ein paar Sekunden später. Du bist nicht der Hellste von uns, mein Frau. Eigentlich sollten die auch eine Dusche anbieten. Currypulver riecht gut. Ja? Ja, feier ich. Zu late. Es hat mir mit der Szale nichts zu tun, wenn du mich fragst. Kannst du dich noch an deinen Namen erinnern? Ja, Samuel. Samuel, perfekt. Ja, es hat mir mit der Szale nichts zu tun, wenn du dich fragst.